Das ist unser Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Also niemals hat der Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, die Menschheit wehtun wollen, alaihi salatu wa sallam. Seine Barmherzigkeit, alaihi salatu wa sallam, breitete sich so aus unter den Geschöpfen sogar mit den Tieren, liebe Geschwister. Mit Nicht-Muslimien, sogar mit seiner Feinde, sallallahu alaihi wa sallam. Ich erzähle euch, wie er, alaihi salatu wa sallam, sogar erstmal mit den ungehorsamen Dienern umgegangen ist. Heutzutage, liebe Geschwister, wir sehen viele Leute, die Da'wah machen in Allah. Viele Muslimin sagen, wir rufen zu Allah, wir machen Da'wah in Allah. Das ist eine schöne Sache, die liebt Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Keiner ist besser als derjenige, der ruft zu Allah, sallallahu alaihi wa sallam, und tut Gutes und sagt, ich bin Muslim, ich gehöre zu den Musliminnen. Das sagt Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, Allah lobt diejenigen, die Da'wah machen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen keine Da'wah machen auf die Art und Weise, die uns passt. Wir dürfen keine Da'wah machen einfach so nach unserer Lust und Laune. Oder wie manche uns vorzeigen, wie wir Da'wah machen. Indem die sagen, wir müssen hart sein zu den Menschen. A'udhu billahi min rada billahi. Niemals ein Da'i darf hart sein zu denjenigen, die er ruft zu Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Und denke niemals, du bist besser als diejenigen, mit denen du redest über Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Du musst eigentlich ein Vorbild für sie sein. Viele heute, die Wissen haben, denken, wenn sie mit Leuten reden, dass sie besser sind als diejenigen, die da sitzen und lernen. Und viele, die Da'wah machen, gehen mit Härte um mit den Menschen. Dann, liebe ich, eins müssen wir wissen. Mit Sanftmütigkeit, mit dieser weichen Art, erlangt man so viel wie idnallahi sallallahu alaihi wa 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 sallam. Und man erreicht die Herzen der Menschheit. Man gewinnt die Herzen der Menschheit. Mehr als das, was du erreichen kannst durch Stränge und Härte, die du mit den Menschen, a'udhu billahi, wie du mit den Menschen umgehst. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam lehrt uns, wie wir Da'wah machen. Auch mit denen, die Fehler begehen. Auch mit denen, die unwissend sind. Auch mit denen, die nicht muslimin sind, die Allah nicht kennen. Jeder von uns kennt die Geschichte mit einem Arabi, dieser Beduine oder einem wüsten Araber, der in die Moschee des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Medina reingekommen ist und uriniert in der Moschee. Als die Sahaba ihn gesehen haben, Sahaba sind aufgestanden, voller Wut und sie wollten ihn stoppen. Sie hätten ihn mit Hertha gestoppt und vielleicht rausgeworfen aus der Moschee. Aber der Lehrer sitzt, der wahre Vorbild, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sitzt und sieht zu, wie hat er reagiert. Das ist eine Antwort für jeden, der Da'wa macht und für jeden, der keine Warmherzigkeit im Herzen hat für die Menschheit und für die Ummah von Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Er aleyhi salatu was salam sallallahu alaihi wa sallam sagt zu den Sahaba, bleibt ruhig, setzt euch hin. Lasst ihn erstmal seine Angelegenheit erledigen. Das heißt, lasst ihn erstmal zu Ende urinieren. Stört ihn nicht, stört ihn nicht. Subhanallah, in der Moschee. Dann als er dieser Mann fertig war, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jetzt könnt ihr aufstehen und einmal Wasser nehmen und beseitigt, was er gemacht hat. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat diesen Mann gerufen zu sich. Mit ganz viel Liebe und Rahme und Barmherzigkeit erklärt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diesen Mann, was heißt eine Moschee? Was ist eine Moschee? Er hat ihn nicht beschimpft. Er hat ihn nicht geschlagen. Er hat ihm nicht wehgetan. Er hat ihn noch nicht mehr böse angeguckt, sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Rasul sagt, das ist eine Moschee, ein Masjid. In dieser Moschee darf man sowas nicht machen. In dieser Moschee, die Moschee ist dafür da zum Beten, zum Gedenken Allah und um den Koran darin zu rezitieren. Allgemein in dieser Moschee tut man gute Taten, die Allah liebt. Man betet Allah an subhanahu wa ta'ala und man macht nicht sowas mit viel Sanft und Liebe. Sallallahu alaihi wa sallam. Der Mann war glücklich, beruhigt und hat verstanden, worum es geht. Durch die Art des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Mann macht Dua, sagt Allahumma arhamni, war ham muhammada, wa la tarham ahad al ma'ana. A'udhu billah. Der Mann sagt, Allah hab abahmen mit mir und mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und kein anderer. Warum hat er das gesagt? Weil er gesehen hat, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mit ihm umgegangen ist, mit dieser Sanftmütigkeit, mit dieser Liebe. Und die Sahaba waren stark, deswegen hat er die Rahmah von Allah begrenzt. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt er zu diesem Mann, ja Arabi, begrenze nicht die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Begrenze sie nicht, denn die Barmherzigkeit Allah azza wa jalla ist weiter als alles, was er erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. So war Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Eine andere Geschichte, liebe Geschwister, ein Mann, ein junger Mann, kam während Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba gesessen hat. Was war sein Wunsch? Was wollte er von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Er hat eine Bitte gehabt. Er sagte, ja Rasulullah, erlaube mir die Sinat zu begehen. Erlaube mir die Unzucht. Allahu Akbar. Und wir wissen alle, wie groß diese Sünde ist im Islam. Sie ist eine große Sünde. Es gehört zu den großen Sünden des Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lädt uns, liebe Geschwister, wie wir uns zu verhalten haben. Er sagt, komm her, junger Mann. Der junge Mann kommt zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, ganz lieb, mit viel Rahmah, sagt, junger Mann, wünschst du dir, würdest du sowas wollen für deine Mutter? Der junge Mann sagt, wallahi nein, ja Rasulullah, ich würde sowas für meine Mutter nicht wollen. Er sagt, würdest du sowas für deine Schwester wollen? Sag, wallahi nein, ja Rasulullah. Würdest du sowas für deine Tante wollen? Dann sagt er, wallahi nein, ja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sagt, genauso die anderen Menschen wollen es auch nicht für ihre Familien. Wollen es auch nicht für ihre Angehörige. Allahu Akbar. Dann was macht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Er tut seine Hand auf die Brust dieses jungen Mannes und macht Dua für ihn. Sagt, Allahumma gfir dhambah. Allahumma tahhir qalbah. Entschuldigung. Allahumma tahhir qalbah. Was für ein Dua. Diese Dua sollen wir öfter machen für uns und für unsere Familien und Angehörige und die Muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, Oh Allah, Allahumma tahhir qalbah. Oh Allah, reinige sein Herz. Wovon? Von diesen Gedanken. Von diesen schlechten Eigenschaften. Von diesen schlechten Wünchen. Weil das Herz hat Krankheiten, liebe Geschwister. Möge Allah uns davon befreien. Und dann sagt er weiter, sallallahu alaihi wa sallam, Wahassin farjah sind gemäß und bewahre seine Keuchheit vor Unzucht, vor Sinn, vor dem, was haram ist. Und das Dritte sagt, Oh Allah, und vergib ihm seine Sünden. Der Junge ist aufgestanden, liebe Geschwister. Und noch nie hat er so viel Hass empfunden für die Unzucht wie in diesem Moment. So hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam den Übel verändert. So hat er das Gute geboten und das Schlechte verboten. Es gibt so viele Geschichten, liebe Geschwister. Wenn man heute anfängt, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu reden, dann sind wir bis Fajr hier. Noch eine einzige Geschichte, inshaAllah Rabbil Alameen. Wie er die Leute gelehrt hat. Die Art und Weise, die wir heute leider verloren haben. Die Barmherzigkeit, die wir leider verloren haben. Ein Sahabi berichtet, dass er in Moschee reinkam und betete mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Im Gebet ein Mann nieste. Dieser Sahabi sagte im Gebet, Das ist das Dua, den wir machen, für den, der niest. Die Sahaba, radiyallahu anham, haben ihn böse angeguckt. Haben ihn mit scharfen Blicke angeguckt. Warum? Weil dieser Mann wusste nicht, dass das Urteil aufgehoben wurde. Dass man im Gebet nicht mehr sprechen darf. Weil die Sahaba, radiyallahu anham, bevor das Urteil aufgehoben wurde, haben Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam im Gebet begrüßt. Dann hat er zurückgegrüßt, alaihi wa sallam. Er erwiderte den Gruß. Aber dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Man darf nicht mehr im Gebet reden. Nachdem alles fertig war, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geht zu diesem Mann mit aller Liebe und Rahmah und klärt ihn wieder auf. Sag, junge Mann, sag, man darf im Gebet nicht reden. Das Einzige, was man im Gebet reden darf, ist al-Tasbih wa taqbir wa tilawah al-Quran. Das Einzige, was man sprechen darf im Gebet, ist Tasbih, die Lobpreisung Allah sallallahu alaihi wa sallam, die Verherrlichung, und bloß dann dazu kommt, die Quran-Rezitation. Sonst nichts anderes. Dieser Mann sagt, oh Allahi, weder hat er mich beschimpft, noch getadelt, noch hat er mich geschlagen, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, oh Allah, ich habe keinen Lehrer gesehen, vor und nach ihm, der besser war, als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aus solchen Geschichten, liebe Geschwister, müssen wir lernen, müssen eine Lehre daraus ziehen. Und die Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begrenzt sich nicht nur auf die Ummah, auf die Muslimin, sondern sie erweitert sich und breitete sich aus in der Zeit auch mit seinen Feinden.